Läuft? Ja Willkommen in meinem Haus und ich zeige euch ein paar Projekte, um zu Furniture zu zeigen. Wir haben ein paar Jahre vorhin ein bisschen lauter Writing Desk mit einem Lock Und ein paar Boxen Und einen dritten die an die 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 da auch. Und in der gleichen Stil haben wir eine Tasche für die TV Also mit den Dörren. All die Hinges und Handels sind hand-made. Für den Kuchen haben wir eine Rack für Dreihen mit hand-forged Chains. Und eine Kabin. Für Storing Wood. Und für die Pans. Above the stove we installed a sliding door to heat the sleeping room as well. Und jetzt kommen wir zu den Dörren. Mit dem Dreihen von jeder Frau. Die Dressing Room. Mit Light Spots. Mit viel Boxen. Mit viel Boxen. Und auch für Schottstuff. Mit viel Boxen. Und für sicherlich auch ein Cabin. only for shoes and handbags and where are your shoes and my shoes are only that here it is Untertitelung des ZDF, 2020